Bruder, was ist mit seinem Kopf passiert? Was ist das denn für ein Bug? Das habe ich noch nie erlebt. Das ist der kopflose Nick von Harry Potter, Bruder, was ist das? What the hell is this? Maybe I put him here, he is normal. No, he is not normal. That's a very Bug. Like Bugs... Oh my God, I discarded him fast already.